Grüße recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für Kitzbühel vom 10. bis 16. März. Ein riesiges Hoch und ein kleines Tief treffen sich mittelfristig bei uns. Mal ist eher das Hoch mit Sonne dran, dann das Tief mit etwas Regen oder Schnee. Eines steht fest, so schön sonnig und vorfrühlingshaft wie am vergangenen Wochenende wird es nicht mehr. Aber zumindest der Wochenstart, der war noch einmal von der Sonne verwöhnt. Stahlblauer Himmel auf unserer Livecam am Hahnenkamm. Recht wenig los gewesen in diesem Moment, aber das Wetter war eben ein einziger Traum. Und traumhaft wird es noch einmal am Dienstag sein. Mit viel Sonnenschein, blauem Himmel und am Nachmittag lauen Temperaturen in Kitzbühel steigen die Werte bis auf 12 Grad und am Hahnenkamm oben sind es etwa 5 Grad. Und dort hat man wirklich eine traumhafte Fernsicht mit teilweise 200 Kilometern. Allerdings dieses Sonnenwetter, das bekommt einen Knick am Mittwoch mit einer Kaltfront. Wird es deutlich bewölkter, ein bisschen Regen oder Schnee ist dabei, wobei die Schneefallgrenze knapp unter 1000 Meter sinkt am Nachmittag. Donnerstag allerletzte Schneeschauer, die verziehen sich und dann kommt wieder ein Hochdruckgebiet. Ähnliches Wetter wie zum Wochenstart am Freitag, strahlender Sonnenschein und im Tal recht mild mit plus 7 Grad. Bereits zum dritten Mal huldigt Kitzbühel mit der Ian Fleming Ski-Challenge am Freitag den 13. und Samstag 14. März den Schriftsteller und Erfinder der Romanfigur James Bond. Nachdem der Weiberheld aus dem Nobelinternat Eton geflogen war, schickten ihn seine Eltern nach Kitzbühel. In seiner Wahlheimat genoss er das Nachtleben, lernte Skifahren und wurde zu seinen zahlreichen Bond-Abenteuern inspiriert. Deshalb begeht das Casino Kitzbühel am Freitagabend die ultimative James-Bond-Party und feiert ganz im Sinne von Ian Fleming. Am Samstag findet dann die Ian Fleming Ski-Challenge statt. Ein Pullover-Ski-Rennen im 50er-, 60er- und 70er-Style. Und jetzt schauen wir mal, was für ein Style hier das Wetter uns bietet. Am kommenden Wochenende, es wird einigermaßen nett sein, allerdings jetzt nicht das Bombenfeste hoch, sondern auch ein bisschen Feuchtigkeit in Form von Wolken. Zwischendrin immer wieder Sonne und zum Wochenstart kommt ein wenig Südföhn dazu. Deswegen gehen sich dann in Kitzbühel wieder vor frühlingshaft Laue 13 Grad aus. Das weitläufige Kitzbüheler Skigebiet erstreckt sich über zwei Bundesländer und sieben Gemeinden. 53 Seilbahnen und Lifte pendeln hoch über dem weltbekannten Skiort bis in 2000 Meter Seehöhe. 170 Kilometer bestens präparierte Abfahrten und 32 Kilometer Skirouten stehen auf dem Pistenplan. 2013 und 2014 wurde das Skigebiet Kitzbühel zum besten Skigebiet der Welt gekürt. Und auch die berühmte Abfahrtsrennstrecke der Welt, die Streif ist natürlich hier zu Hause. Abschließend wünsche ich Ihnen eine angenehme und eine erlebnisreiche Woche bei uns in Kitzbühel. Wetter ist ja ein bisschen wechselhaft, aber die Sonne ist auch dabei. Servus und bis bald.